Ladies and Gentlemen, gerade abgeholt worden, jetzt geht es nach Silber, es ist Dienstag, wir haben Pokalspiel, heute richtig entspannten, heute gemütlichen, weil Pokal ist Pokal, warum wir heute nicht da? Wir spielen gegen Bitsen 2, gleich auf Kreuzer nur 30. Ja, was soll man dazu sagen? Wird ekliges Spiel, denke ich. Wir werden treten, wir werden treten. Aber gucken, nehmt euch mit heute. Jetzt fast da, let's go. Achso, und kurze Ergänzung, wir beide waren ganze Woche nicht auf dem Training, auch sonntaglich. Man munkelt, dass die Bank ruft heute. Man munkelt, dass Gotto ein bisschen gereizt ist. Mal sehen, wie die Aufstellung gleich ist. Mal gucken, was er gleich sagt. Was geht? Hallo, Salamu alaikum. Hat man meine peinliche Umarmung jetzt auf der Kamera drauf, die nicht geklappt hat? Ja. Ja? Ja. Ja. Unser WG-Kraft hier heute sind auch schon da. Hey, Juppi, lächle mal in die Kamera. Hey, Jungs, von Anfragen, hält mal! Kommt, Jungs, komm! Von Anfragen! Und erlaubt, der ist auch, wenn man spielt, aber nicht der ganze resolste. Aber da ist auch noch eins. Von Anfragen! Anfragen! Ja, aber! Hey! Hey! Mach! Hey, Mann! Der war aber. Sehr schön, ey! Kärzt und Drücke! Mach auch schön verstolkert, ey. Da trifft der Tor gar nicht. Oh, nee. Ey, Philipp, warum mit dich nicht grad noch? Schnell. Rauschen? Ey, würdest du sagen, damit ist denn der Scheiße? Dem Elias empfehlen. Gefühlt 20 Zentimeter groß für Philipp. Dementsprechend schon, ja. Viel zu einfach, viel zu einfach da alles. Schön, Jungs! Jetzt kommt! Passiert nicht, passiert nicht. In meine Ecke, Alex. Die ab! Gut vor! Gut vor! Sagt, Jungs, komm! Nehmen die Zweikämpfe da wieder! Frank! Ja. Na, ja, so. Ja, da ist er doch noch grad im Schlamm. Na, da ist er doch noch grad im Schlamm. Na, ja, lang! Komm er da hin, jetzt! Hint er! Jungs! Nichtsloser. Mach mal runter, mach mal ruhig, Alex. Jetzt komm, Juppi. Ja, komm. Ja, Juppi, Juppi! Schönen 13 auf den Rücken, du Baller. Ja, ich hab's in einer Minute am Aufnehmen. Schiri, kannst du als Eigentor Nummer 13 aufschreiben? Ganz stark, ganz stark. Eventuell Flanken bringen von außen. Und Max, geh. Jawoll. Linie. Ruhi, Zello. Gut, Zello, stark. Du bist angelaufen. Wow, cool. Schön mit rechts gespielt. Komm, Amjad. Komm, der kann ich. Komm, der kann ich. Uuuuh, hat er dich kurz frisch gemacht. Ja, kann er da. Jan ist da. Jungs. Denn ich bin voll. Ja, ist gut. Na, ich bin voll. Ja, wo ihr schon mal habt. Nichts, nichts, nichts. Geh mal, Jan. Hey. Bitte ruhig. Prick, 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 Prick. Keiner zentral vor den Stürmern. Und wir kommen Angebot schaffen. Wer freilaufen dann darf. Komm, 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 komm. Scheiße. Ich bin auf YouTube. Komm, komm, komm. Ja! Der Juppi hat den. Juppi haben ihn erst bekommen. Juppi! Falscher Fuß. Jetzt richtiger Fuß. Da ist keiner mehr. Max ist da. Der Winkel war frei. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja! Alles, komm, 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 weiter, Marco! Danke. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Kommt, was weiter geht, kommt! Komm, Rabatou! Oh ja! Nein! Hey, Patti! Weiter, Kapatiel! Weiter! Gut so! Komm, Patti, komm, Fuch, jung! Hol dir den Ball da! Schüss mal aus! Schieß mal aus, Jun! Schieß mal aus! Schieß mal aus, Jun! Da musst du spekulieren. Strack da! Strack! Eckball! Jetzt gehts, gehts! Schau mal, die Schraube ist grade raus! Benutzt den Schrauben auf den Platz! Ohne Außenheit! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Der ist auf dem Wegst du dich richten. Ja, dann stimmt. Alter, macht der für nen Kick da? Ey, da kann man jetzt wirklich mal ne Gelbe ziehen, Alter. Der wär doch durch gewesen. Soll das so weitergehen, oder was? Fertig. Jawoll! Das war wieder der Rechte. Ist noch heiß, ist noch heiß. Das ist noch heiß. Komm doch raus! Ja! Leute, was ist hier los? Hau ihn weg! Hau ihn weg, hau ihn weg! Jawoll! Hey, selber geht! Die zwei Paraden hast du drauf, ne? Ja, ja. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Oh! Da kommt wirklich so Rassou. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Oh! Ja! Fast, ey, du! Bei Juppi! Jetzt ist der mal hochgesprungen! Jetzt ist der mal hochgesprungen! Geil! Ja, Juppi! Juppi, guter Pokalteure nicht zählen, ne? Juppi, ich hab gesagt, du machst mal. Ey, nicht hier zu gut sehen die nicht hier! Ganz stark, Juppi! Komm weiter selber! Wir haben nur 25 Minuten. Rückraum! Sauber, Junge! Der Nächste! Der ist genauso wie bei uns, der Lukas. Der knallt auch nicht mündlich. Die Leute, ich bin jetzt zurück! Ein bisschen getrainiert worden. Oh, Starkraffer! Ist leider drauf! Da wird rausgeschnitten. Ne, warte mal, wie heißt das denn? Wie nennen wir das denn? Zidane-Rolle. Zidane-Rolle. Zidane-Drehung. Einfach reingeholt. Ich dachte wirklich, da hätte ich das gemacht. Zidane-Rolle. 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 Boah, stark! Schön, dass er drauf ist. Ja, bin ich auf. Zidane-Rolle. 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 Nein, nicht der hier. Ja, also, wir haben einen neuen Ersatz. Jetzt den. Zidane-Rolle. Zidane-Rolle. Komm, hol ihn. Wenn das zu tun wird. Zidane-Rolle. Zidane-Rolle. Na, die machen wir den Weg zurück. Wir machen noch nicht weg. Zidane-Rolle. Zidane-Rolle. Ein kleiner Take zum Spiel. Ja, sauber. Richtig geil. Sprachlos. Einfach ein geiles Spiel. Wer gefällt euch am meisten? Kann man sich angucken. Hier kann man nicht einen Einzelspieler rausnehmen. Ich meine, der Ehehoff natürlich an jedem Tor beteiligt. Das ist schon stark. Bringt das Ding rein auf den Tobi. Tobi. Schön. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hey, was ist das? Komm schon. Bei Philipp. Tobi. Mann. 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 Lass ihn fallen, dann kriegst du ein Reichstück. Tschüss! Marco, zieh rein, zieh rein! Abseit! Abseit! Jawoll! Tobi! Tobi, Tobi! Das ist ein Fuck, ey! Egal! Ilias, hol den Ball! Gegen Tobi! Ja, halt Qualität, Mann. Ah, das ist selber auf YouTube. Ganz stark selber! So, Freunde. Rückfahrt angesagt. Es ist Viertel nach zehn. 3-1 Endstand. Eine Runde weiter im Pokal. Unser erstes Wrestling Match gefühlt. Also heute war wieder nur Gekloppe. Typische Kreisliga. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Für Leon natürlich die Buletten geschossen. Ja, der Goat mit zwei Buletten heute. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, an der Stelle, checkt auch gern die anderen Videos aus. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Würden uns freuen. Dann würde ich sagen, der nächste Vlog, Freunde, kommt am nächsten Dienstag. Bzw. Mittwoch laden wir wahrscheinlich da hoch. Seid gespannt. Dann würde ich sagen, Peace out, Freunde.